Moin, moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem RP-Server unserer Bauserie. Wir stehen hier vor dem Schloss, welches, also vor der Burg im Hintergrund, die auch der Namensgeber für diesen Ort hier ist. Und wir stehen hier auch noch vor einem Gebäude. Und was ist das für ein Gebäude? Es ist wohl irgendwie eine Bahnhofshalle, ne? So, wir haben nämlich hier da Schiene, da Schiene und irgendwie angrenzende Bahnsteige. Ich denke, das ist eine Bahnhofshalle. Und genau um diese kümmern wir uns jetzt. Und zwar gibt es heute mal ein bisschen Details gedönst, denn was haben wir in einer Bahnhofshalle hier? Was fehlt hier noch? Zum Beispiel Fahrkartenautomaten, ne? Und genau um diese Sache kümmern wir uns jetzt einfach mal. Jetzt werde ich mal ganz kurz hier die Bänke nochmal entfernen. Und dann stellen wir hier einfach mal in diese Mitte Fahrkartenautomaten auf. Und dazu werde ich mir mal ganz schleunigst ein kurzes Bildchen schnappen. Und dann kümmern wir uns heute einfach mal insgesamt so ein bisschen um die Einrichtung von dieser Bahnhofshalle. Und genau, genau. Da haben wir hier gerade ein Bild gefunden. Ein Moment. Das ist aber ein schlechtes Bild. Jetzt müsste ich kurz mal anders irgendwie suchen gehen. Mist. Oder aber ich gehe da... So, kriegen wir es jetzt groß. Dankeschön. So, jetzt haben wir hier ein Bild hier auf meinem zweiten Bildschirm. Wir haben mal kurz ein Bild geschnappt von einem Fahrkartenautomaten. Genau das werden wir uns jetzt mal nehmen. Und ich versuche anhand dessen gerade mal einen Fahrkartenautomaten irgendwie nachzubauen. Genau. Und das fangen wir am besten einfach mal ganz klassisch mit Eisen an. Denn das ist irgendwie so... Grundding. Wir müssten allerdings mal ganz kurz was anderes machen. Und zwar... Möchte ich das Ding kurz einen Halmblock anheben. Was wir ja vom Material unten noch nehmen, das überlegen wir noch. Aber ich wollte das nochmal kurz ein bisschen anheben. Dann nehmen wir uns jetzt wieder Eisen. Und dann kriegt der Automat letztendlich eine Höhe von eineinhalb Blöcken. Und genau so versuchen wir jetzt irgendwie hier einen Fahrkartenautomaten hinzuzümmern. Die Dinger sind... Ich glaube, dann ist es sogar gar nicht mal so schlau. Vielleicht nehmen wir uns gerade mal Keramik. Vielleicht nehmen wir uns sogar die hier. Zumindest, um hier ranzugehen. Moment, da mal kurz gucken. Mache 6. Und dann nehmen wir uns immer andere Keramik. Und zwar nehmen wir uns die in Rot diesmal. So. Und außen... Hätte ich dann doch tatsächlich ganz gerne mal ein bisschen Eisen oder Aluminium oder sowas. Dann gucken wir mal... Wie sich das so macht. Das ist gerade mal nach außen nehmen. Und dann zimmern wir halt irgendwie den Automaten hoch. So, dann nehmen wir uns ja gerade mal hier... Den, den, den. Ziehen wir einfach mal stur hoch. Äh... Und das machen wir auch einfach noch ein Blöckchen. Also. Ich sollte das vielleicht mal ein bisschen geschickter anstellen. Zum Beispiel so. Kann nämlich hier so... Genau. So, und dann ziehen wir auch das hier mal kurz hoch. Und hier oben allerdings... Da müssen wir noch mal kurz mit dem Hammer nachhelfen. Denn hier... Klaue ich mir nämlich mal zwei Stück. Genau. Da von zwei. Und... Hier von zwei. Achso, eigentlich sollte ich ja insgesamt mal zwei klauen. Ah, Moment. Die sind mal ein bisschen anders. Dann nehmen wir jetzt nämlich nochmal Keramik. Und zwar diesmal nehmen wir blaue. Und jetzt ziehen wir einmal hier so hoch. So. Und... Als wäre das nicht genug. Äh... Müssten wir das Ganze nochmal ein kleines Stückchen nach unten ziehen. Am liebsten würde ich es ja so machen. Aber ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen... Sehr viel dann, was dabei geklaut wird, glaube ich. Aber... Wir gucken mal. Ja, das ist definitiv etwas zu viel. Mal wenigstens einen drauf. So. Jetzt müsste man sogar... Fällt mir auch gerade nochmal auf. Auch nochmal zwei abziehen. Dasselbe gilt dann übrigens auch für die... Fassade von dem Automaten hier. Dann nehmen wir uns die nämlich nochmal vor. Dann... Warte mal, dann machen wir was anderes. Ich knappe mir nur kurz die... Bauteile. Und die setzen wir gleich wieder ein. So. Also. Y. Und dann können wir... Hier einmal ausschneiden. Und dann füge ich jetzt einfach mal hier... Das... Teilchen ein. Und... Das hier. Achso. Ich glaube, ich würde das sogar nochmal etwas anders machen. Wir machen mal einen weiter. Äh... Okay. Gut. Dann halt nicht. So. Und dann nochmal... Wir nehmen uns jetzt hier das Ding. Und das Ding. Und dann... So. Booms. Das ist aber irgendwie ein bisschen klein, glaube ich. Ich glaube, wir ziehen das doch nochmal einen halben Block höher. Einen Moment. So. Moment. Dann ziehen wir das doch nochmal einen halben Block höher. Ähm... Heißt... Moment. Ich mache das anders. Ich habe jetzt hier mal eine komische obere Platte. So. Dann. Wie groß ist die denn eigentlich? Die ist... Okay. Ja, okay. Machen wir mal bis... Die zwei. Ja, genau so. Gut. Dann haben wir das. Äh... Als nächstes... Ziehen wir dann nämlich nochmal die andere Wand hoch. Und das hier müssen wir mal kurz einstellen wieder. So. Genau. Dann ziehen wir das hier auch nochmal kurz bis... Zum Limit. Genau. Und dann ziehen wir das ebenso hoch. So. Da sieht er doch schon mal... ...etwas passender mit der Größe aus. Ich würde sogar sagen, wir schneiden das Ding hier auch nochmal weg. Machen dann hier einmal rum. Dann wissen wir auch, wo vorne ist am Automaten. Und ich glaube, das Material an der Seite ist doch nicht so gut gewählt. Was können wir denn da mal nehmen? Hm. Hm, das ist ja eine gute Frage. Was kann man denn nochmal nehmen? Weshalb wir hier türkises hatten wir ja schon. Wie sieht es denn eigentlich mit Beton aus? Wenn wir jetzt Beton nehmen würden... ...wäre wahrscheinlich farblich etwas besser. Aber... Ich weiß nicht. Ne, ich möchte schon, dass es ein bisschen schäbig aussieht. Also... Ich denke, das ist schon gar nicht mal so unangemessen mit dieser Farbe. So, was haben wir denn hier? Wir haben jetzt hier drei. Dann machen wir auch nochmal drei weg. Und dann habe ich gesagt, dann schneiden wir hier mal ein. Die Automaten sind ziemlich breit. Kann das? Hm. Hm. Rechts müsste halt auch noch das Kartenlesegerät rein. Ich glaube, das Ding muss halt wirklich anderthalb Blöcke breit werden. Ah. Okay. Meine Güte, es ist so breit. Was? So breit? Meine Güte. Es ist auch unglaublich. Äh. Okay, cool. Ich kann das offenbar nicht rückgängig machen. Finde ich spitze. Ey, geht doch gar nichts. Hallo. Meine Fresse, ey. Was war los? So. Warum nimmt er das denn wieder nicht? Hallo. Hä? Wo war das? Also irgendwie, das funktioniert nicht so gut, wa? Das funktioniert irgendwie nicht ganz so gut. Ja. Wow. Spitze. Gut. Wo funktioniert er so schlecht? Das ist ja unglaublich. Ähm. Genau. Als nächstes dann hier auch nochmal drumherum. Und dann so. Und so. Und dann machen wir jetzt einfach mal. Ja. Genau. Dann ziehen wir jetzt einfach mal den Kram hier komplett rüber. Und schneiden das gleich mal ein bisschen ein. Dann muss ich gerade nochmal gucken, wo wir das am besten mal einschneiden. Jetzt kommt das am besten mal weg, damit wir das hier runterziehen können. Und das hier vielleicht auch. Ach nee, okay. Voll. So. Das ist doch ganz gut. So. Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Dann machen wir das jetzt irgendwie anders. Dann nehme ich mir jetzt nämlich hier nicht nur sechs Blöcke, sondern nehmen wir uns einfach gleich acht. Ne, zwei mehr. So. Meine Güte. Automatisch. Sieht da voll breit aus. Äh. Warte, wenn ich mir jetzt neun nehme. Wie viele sind da noch übrig? Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, ne, dreizehn, werden dann noch übrig. Also auch. Dann machen wir halt zwei weg. Dann haben wir danach zwölf übrig. Und hier sind es halt dann neun, so. So, okay. Ich hoffe, das passt vom Verhältnis einigermaßen. So, wo können wir denn dann jetzt mal als nächstes mit den... Ich muss ja irgendwie noch ein Bildschirm rein. Dann sollte man vielleicht so ein bisschen auf Kopfhöhe haben. Wie haben wir denn jetzt hier? Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Tatsächlich, der Bildschirm ist ja so ein bisschen eingelassen und angeschrägt. Bedeutet, wir versuchen das ja auch mal umzusetzen. Ups. Wir könnten da sogar ein Licht reinmachen, dann sieht da so aus, ob das Ding leuchten würde. Ähm. Moment, äh, wenn wir uns jetzt nämlich hier erstmal... Warte, mal ein bisschen mehr noch. Wie groß ist denn das Loch jetzt eigentlich nochmal? Ich will nochmal wissen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ähm. Na, guck mal, was wir mit anfangen können. Dann machen wir jetzt hier... Den hier. Und den hier. Und den hier. Und den hier. Ah, hier oben, nicht ganz. Da müssten wir das etwas anders machen. Würde ich dann nämlich sehr gerne. Genau. Den hier machen. So. Denn der Bildschirm ist also ein bisschen eingelassen. Ich glaube, dass ich das hier allerdings ein bisschen übertrieben darstelle, dass der Bildschirm eingelassen ist. Aber... Äh. Ich glaube, das größte Problem ist, aber das ist ein bisschen zu breites Moment. Dann machen wir das hier kurz wieder weg. Ähm. Und dann hier wieder zu. Und dann brauchen wir jetzt irgendwie Bildschirm. Nehmen wir doch mal erstmal einfach schwarzen Beton. Oder grauen Beton. Das ist jetzt einfach unser Bildschirm. So. Da haben wir jetzt unseren Bildschirm. So. Und was haben wir noch? Hier müssten theoretisch noch so kleine Lautsprecher rein. Und dann fehlt noch das Ausgabe-Fach. Und das sitzt irgendwie ziemlich genau in der Mitte von dem ganzen Gedöns. Also. Äh. Hier. Und dann machen wir das dann einfach. Nehmen wir uns dann einfach mal kurz Beton hinter. So. Und machen da Glas vor. Ich glaube, hier würde ich aber sogar schwarzen Beton nehmen. Moment. Und dann nehmen wir uns das Glas davor. Das hier zum Beispiel. Oh. Das sieht man halt überhaupt nicht. Äh. Glas. Äh. Okay. Man sieht das Glas halt überhaupt nicht. Na ja. Dann lassen wir es so. Dann ist es hier einfach eingekerbt. Und dann bleibt es so. Okay. Gut. Dann bräuchten wir rechts noch irgendwie das Kartenterminal. Äh. Das ist dann ungefähr hier auf dieser Höhe. Und das ist noch tiefer eingelassen als der Bildschirm. Warum auch immer man das macht. Aber gut. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Mal fünf zu sieben. Fünf zu neun. Acht zu zehn. Ich glaube, nehmen wir lieber... Was ist denn das jetzt? Scheiße. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Okay. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Okay. Und hier ist dann das Kartenterminal irgendwie eingelassen. Was zum... Ähm. Das war nicht so schlimm tatsächlich eingelassen. Aber ich glaube, ich gehe mal... Eins. Zwei. Drei. Vier. Habe ich mir ja genommen. Okay. Dann machen wir ja auch genauso vier. Das... Aber mit den Außen, oder? Eins. Zwei. Drei. Ja. Okay. Das ist nicht so... Also sieht schlimmer aus. Aber es sieht halt wirklich nur danach aus. Sache ist nämlich, dass es hier bei diesem Ding... ...etwas interessanter ist. Und zwar so. Irgendwie. In etwa. Okay. Der Rötig fehlen auch noch die Kartenschlitze. Und... Ja, weiß ich nicht. Was fehlt denn dann noch? Ich glaube, dann haben wir es auch schon fast, ne? Die Münzschlitze fehlen natürlich auch noch. Aber erstmal würde ich gerne mal gucken, dass wir irgendwie mal ein Kartenterminal dargestellt bekommen. Äh. Da muss ich gerade mal kurz überlegen, wie wir es am besten anstellen. Also... Wir hatten... Was sieht das hier aus schon wieder? Äh. So ein ganz kleines... Feld eigentlich nur. Machen wir es mal so. Ich würde dann einfach mal das hier kurz alles einschneiden. Denn ich... Nehme mir mal gleich kurz Keramik dazu. Das ist dann nämlich jetzt unser... Tastenfeld. Und das nehme ich mir mal kurz raus. Obwohl, nein. Nicht ganz. Ich schneide das einmal in zwei. Und dann nehme ich mir die beiden Teile nämlich raus. Und dann... Nehmen wir uns als nächstes wieder unseren grauen Beton. Und dann machen wir es genau umgekehrt. Dann nehmen wir nämlich dann... Äh... Das hier oben weg. Und das hier unten weg. Und setzen dann halt eben die... Teile wieder ein, die jetzt hier fehlen. Okay. Äh. Das hat nicht ganz so gut geklappt. Das geht. So. Ja. Und dann haben wir jetzt irgendwie so in etwa... Ein Eingabefeld. Hier unten fehlt sogar noch ein kleiner Kartenschlitz. Den machen wir auch nochmal kurzerhand. Können wir kurz gucken. Ist aber irgendwie auch nur so... Angedeutet, hat er jetzt mal gesagt. So. Und... Da drunter fehlt dann noch ein Scheinfach. Aber... Ich glaube wir machen mal erstmal kurz das kleine Münzloch. Ähm... Und das mal hier hin. So. Das sind sehr große Münzen, die hier reingeschmissen werden. So. Und dann haben wir da unten noch irgendwie zwei Schlitze. Wo einerseits ein Geldschein eingeschoben und andererseits auch wieder ausgegeben werden kann. Wenn der Automat den nicht mag. Ähm... Das ist tatsächlich so versetzt. Und das tut mir auch sehr weh. Aber es ist so. Wir bauen das Ding ja gerade nach. So. Der obere Schlitz ist interessanterweise ein bisschen hervorgehoben. Und der untere ist das halt überhaupt nicht. Äh... Wir könnten das übrigens ja auch nochmal kurz machen. Ich würde sogar fast sagen, wir haben ja Keramik. Oh, ich glaube die gefällt mir doch ein bisschen besser. Obwohl ich vielleicht irgendwas Graues gerne hätte. Keramik. Haben wir da was Graues? Oh ja, das haben wir. Nehmen wir doch mal das Ding. Gucken wir mal, wie sich das so macht. Ja, ich denke das trifft es ganz gut. Dann machen wir das hier auch nochmal weg. Ich würde das hier auch nochmal entfernen hier. So. Und hier unten dann auch nochmal so ein Ding. Gut. Dann haben wir jetzt irgendwie so einen kleinen Fahrkartenautomaten. So. Wie wollen wir den Bildschirm jetzt nochmal zum Leuchten bringen? Das wäre auch nochmal eine nette Sache. So ein nettes Gimmick. Das hätte ich schon ganz gerne. Dazu nehmen wir uns den Bildschirm einfach mal raus. Und fügen den hier auf einen Block ein. Aber vielleicht so ein bisschen mittig, weil ich mal wieder Probleme habe. Ach ja. Ich und mein behinderter Perfektionismus. So. Als nächstes nehmen wir uns dann... Ach, ersetzen wir das Material glaube ich sogar am besten. Weil damit das halt ein ordentliches Licht gedöhnt wird, Müssten wir uns vielleicht nochmal so einen Automaten nochmal angucken. Vielleicht auch mal so... Wie sie der Bildschirm so in etwa macht. Aber der ist eigentlich überwiegend weiß. Ich glaube wir machen das mal einfach grau. Wir nehmen da einfach mal grauen Beton und versuchen das irgendwie zu beleuchten. Dann nehmen wir uns Annie und dann machen wir Beton und zwei grauen. Do it. So. Da haben wir so einen kleinen Bildschirm. Den werden wir dann kurzerhand auch zu einem leuchtenden Bildschirm machen. Dazu sagen wir dem einfach hier so. Das ist eine Lichtquelle. Wir stellen die mal auf zwei. Damit das nicht so extrem ist. Und dann machen wir mal Bildschirm. Und dann nehmen wir Signals. Dann muss ich kurz Edit machen. Dann muss ich nämlich als nächstes... Equal. Save. Und dann muss ich jetzt hier einmal den reinpacken. Beziehungsweise einfach ein Number hinzufügen. So. Die Number setze ich einfach... Oh. Das war doof. Füge das hier hinzu. Die Number setze ich einfach auf eins. Save. Fertig. Save. Save. Und schon hätten wir einen leuchtenden Bildschirm. Allerdings leuchtet er nicht sehr stark. Und deswegen werden wir ihn nochmal ein bisschen regulieren. Damit er vielleicht ein bisschen stärker leuchtet. Naja. Angedeutet. Aber ich will den halt auch nicht zu hell machen. Weil er soll ja keine richtige Lichtquelle werden. Man kriegt das Ding halt auch nicht so richtig... Man kriegt halt nicht so richtig den Leuchttextur hin. Das ist halt das andere Ding. Ähm. Ich weiß, ob das mit Weiß besser funktioniert. Das könnten wir halt auch nochmal probieren. Ich pack mir einfach mal kurz eine Truhe davor. So. So. Und füge das mal kurz hier ein. Dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir das Ganze einfach mal in Weiß machen. Ob das dann vielleicht ein bisschen besser ist. Dann sagen wir Annie. Sagen wir Place with Beton. Dann nehmen wir uns Weißen. Gut. Und dann probieren wir es halt nochmal. Light. Ich möchte es halt wie gesagt immer noch nicht zu hell machen. So. Edit. Dann machen wir Equal. Save. Dann nehmen wir uns eine Nummer rein. Und die verbinden wir dann kurzerhand. Wir setzen die auch noch auf 1. Save. 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 Dann machen wir Bildschirmen wieder draus. Jetzt ist halt wieder so unglaublich dunkel. Und dann haben wir unseren Bildschirm. Und dann haben wir unseren Bildschirm. Der hier irgendwie so ein bisschen rumleuchtet. Und als nächstes können wir uns dann gleich mal hier das Ding nehmen. Ja weiß ich nicht. Hier oben konnten wir nochmal kurz ein paar Sachen andeuten. Da fehlt nochmal ein bisschen was. Und zwar. Die Symbole. Da setzen wir uns zum Beispiel mal ein I hin. Was ja aber leider nicht mehr so richtig paar ist. Da müssen wir kurz einen Trick anwenden. Dann nehmen wir uns einen Moment. Beton. Und dann nehmen wir uns das grauen Beton. Ich denke dann erkennt man, dass es ein I sein soll. Und dann nehmen wir uns einmal so eine... Deuten wir halt diese Fahrschein... Das Fahrscheinpiktogramm nochmal an. Naja, ich habe die Fläche ein bisschen zu klein gewillt, glaube ich. Das Ding ist, wir könnten ja eigentlich auch genauso gut... 32er Scale ran. Dann wäre das kein Problem mehr. Einen Moment, dann machen wir das doch gleich mal. So. Nehmen wir uns nochmal Beton. Stellen das einmal auf 32er Scale. Dann können wir nämlich jetzt hier irgendwie auch sogar richtig hinschreiben, dass hier Fahrkarten verkauft werden. Wenn man dann schreiben könnte, aber das kann ich ja nicht. Toll. Ja, ich kriege das hier nicht voll rein. Oh Mann ey. Es ist halt schon lustig, diese... Kleine Arbeit hier. Moment. Ach, weißt du, weißt du, weißt du, wenn wir uns anpassen. Ich kürze das einfach kurz ab. Moment. Sooo... Äh... Fünf, ne? Okay. Na? Ich will noch was. Ich würd's ja gerne auch wieder Vierer machen, aber das Ding ist, dann kriegen wir das T nicht ordentlich hin. So... Äh, sei denn... Na, egal. So, Tickets. Tickets. So, warte, wie? Dann müssen wir nochmal ein S hier irgendwie hinkriegen. Sooo... So, Tickets. Bam. Sooo... Ich kann mir das Ganze natürlich nochmal etwas releganter aussehen lassen. Aber... Naja, wir kümmern uns erstmal um die Buchstaben, die einfach gehen. Dann sind die nämlich schon mal erledigt. Das C hingegen... Können wir wirklich mal bearbeiten. Aber ich find das eigentlich gar nicht mal so schlimm. Ich glaub, wenn ich hier einfach nur einen so... Wenn ich hier so ein paar Slices hinpacke, ich denk das reicht. Möchte auch nicht zu sehr übertreiben. So... Hier beim C machen wir es genauso. Ja, wobei, den lass ich sogar tatsächlich. So... Hier beim K wird's doof. Moment... Wo machen wir das jetzt hier? Äh, Mist. Äh... So... Geht doch. So, haben wir doch. Perfekt. Ja, jetzt müssen wir also nur auffüllen. Okay. Das machen wir aber vielleicht ganz simpel. Indem ich jetzt hier so erstmal grob auffülle. Und die Feinarbeit machen wir dann. Okay. Sollten wir vielleicht auch mal Buchstaben nehmen, wo man da gut grob auffüllen kann. Moment. Also hier geht's nicht. Hier geht's gar nicht. Okay. Einen Moment. Dann gehen wir jetzt mal kurz hier rüber. Machen wir kurz das, was hier fehlt. Ja. Ja... Ja... Guck mal, haben wir den Automaten so gleich internationalisiert. Naja. Da steht nämlich einfach Tickets drauf. Das versteht man in allen Ländern. So. Na gut. Es könnten auch irgendwie so ein paar Gruftis falsch verstehen. Das ist, äh... Dass die dann irgendwie eine Karte sich für ein Festival oder sowas kaufen. Aber... Naja. So, Tickets. Weiß was ich. Also... Das stört mich jetzt aber schon enorm. Aber ich glaube, ich belaste euch jetzt damit mal nicht weiter. Wir lassen den Automaten mal so stehen. Äh... Eine kleine Korrektur. Die nehme ich dann noch vor. Und tatsächlich hat das jetzt länger gedauert, als gedacht, Alter, wir haben eine halbe Stunde darin investiert, diesen Automaten zu machen. Von daher würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge dann den Rest der Bahnhofshalle weiter. Und dann würde ich sagen, danke zu sehen und bis zum nächsten Mal. Und ciao. So. So.